Guten Tag, willkommen. Willkommen. Heute spielen wir Beyond Two Souls. Ist das neu? Ja. Ah, hallo. Willkommen. Ich kann nicht so sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Mhm. Gab es einen Unfall? Hat, hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sich stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Stopper! Ich weiß. Sie kommen. Hm. Little bit laut. Moment, was ist hier los? Die kleine, die heute reinkam. Wo ist sie? Let's lower a little bit. It depends. CCMate. It depends on your upload. It depends how many viewers are in your nearby. Only when viewers nearby you. Thousand kilometers. Then you can share the stream and earn Tfuel. And then it depends on your upload. When your upload is not capable to do this, then you don't earn Tfuel. Only when you share Tfuel. Only when you share Tfuel. No one can give you a guarantee. No one can give you a guarantee. Like I said, it's depending on your upload and how many viewers are nearby you. It's based on sharing the stream. And the more you share, the more Tfuel you can earn. But it's automatically. You can't do. Manually. Anything. I think. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich finde gut. Ich würde gerne beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. 9 UN. Baby. But you can earn Ncent. Cryptocurrency. What? Okay. Okay. Nathan wartet auf uns. Mhm. I already hate the camera. Kennen wir wahr. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Besser später als nie. Wir sind da. Wochenende soll's regnen. Dieses Jahr regnet es viel. Kann man wohl sagen. Aber es war nie wirklich kalt dabei. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Oh, wait. Audio. Over here. Musik. Below are the music. 285. Okay, sit down. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Oh ja. Hohoho, jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey Jodie, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Okay, dann geht's los. Er ist luck. Okay. Das war's für heute. Hm. Nächste karte. Mhm. Hm, CC made, I think, but that's only my opinion. Theta coin can get to over one dollar because they have some stuff in the pipeline. For example, file sharing over the Theta network and so many things are in development. Entmecken, hello, welcome. Okay. Do you want something else to move? Do you want something? But this is only my opinion. I cannot. Okay, Jodie, Schatz, das Experiment ist vorbei. Verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Sie ist wirklich verschlossen. Sie ist wirklich verschlossen. Sie ist wirklich verschlossen. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Los! Ganz ruhig, Kathleen, geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jodie. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Super! Lass zu! Kann nicht. Er hört einfach nicht auf mich. Er hört einfach nicht auf mich. Jetzt musst du aufhören. Ganz ruhig, Kathleen, wir sind unterwegs. Nein, Al! Nein! Nein! Dith! Dith! Jodie! Ist vorbei, Jodie, ist-ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Es wird niemals vorbei sein. Delegate only means you need at least 10,000 zeta to delegate it. But I don't have 10,000 zeta. So I sold my zeta yesterday and the day before. Around 1,500 zeta. So I invested in a different cryptocurrency. Of course I don't have 5,000 dollars to get 10,000 zeta. WeaselGT, hello, welcome. So it's possible that it goes to 1 dollar. But who knows. Maybe the next dump is incoming. What are all these people? Diplomats, politicians, businessmen, spies. The usual people. And what do I do if something happens to happen? Da kannst du gar nichts tun. Das hatte ich vermutet. War nur ein Check. Aber das wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächle. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elisabeth. Ich bin glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, auf Zeta zu streamen. Ja, Botschafter. Wie schön sie hier zu sein. Wenn du eine Stream Key willst, ist es schwer zu bekommen. Ich brauche einen ruhigen Platz. Das ist fantastisch. Hm. Ja, ich kann gehen. Ja, ich kann gehen. Ich kann mich hier hinsetzen. Wenn du einen Schnell, wenn ich schon bekommen. Ja, ich kann gehen. Ich hab clean. Ich bin schnell. Ja, ich kann gehen. Nein, ich kann gehen. Ich kann gehen. Hm, hm, hm. Aber warum kann ich hier nicht sitzen? Ich habe hier einen kleinen Kammelwahn. Es ist so wierd. Ich brauche einen ruhigen Platz. Nun die auf Klone. Gesundheit. Okay. Genau. Kotzen? Oder was? Ich habe keine Ahnung, was zu tun. Ja. Mhm. Äh. Äh. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Mist. Du musst zuerst die Wache ablenken. Ja wieder. Ja wieder. Ja wieder. Wie? Ich habe keine Ahnung. Ich bin sicher. 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 Und auch. Äh, what? I have no idea what to do. New instant code. Repetit 3. New instant code. Let's go. I don't know. Mal sehen, ob du den Safe aufkriegst. Jetzt lesen wir die Dokumente, beeil dich! Ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. Was ist jemand von dir? Hallo Erik, willkommen. Sehen Sie, ich kann nichts tun um Ihnen zu helfen. Viel Glück. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Okay. Nein, doch. Nein, doch. 20. Danke, danke. Danke, danke. Das sind ja in den Predictions. Das wäre ja. Ja. Ich weiß nicht, nein. Können wir zurück? Jodi, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Ja, ich will jetzt gehen. Beyond Two Souls. What it feels like it's for Consoliros. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jodi, du battlest doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenn doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid, das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik, sondern eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben, vielleicht findest du da Freunde. Okay schon. Das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, dass wir dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Dink, Dink, Dink. Hey, Jodie, komm rein. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jodie, nicht so schüchtern. Hey, Jodie, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stell bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Hey, Leute, das ist Jodie. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen? So ein Zeug? Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jodie, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Musik. Teu sich, Rock. Musik. Musik. Was für ein Gedudel ist das denn? Rück mal. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jodie, du auch alt? Nein, danke. Ist nicht mein Ding. Du verpasst echt eine Menge Spaß. Nach drei oder vier Bier. Da sieht die Welt völlig anders aus. Ah ja. Kann ich jetzt machen, außer mir nehmen? In den letzten. Hi. Hi, ich bin Matt. Jodie, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Hast du nicht in der auf der Basis? Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Klar. Du wirst du bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Im Prinzip kennt Kirsten mich nicht. Ihre Mom ist in meiner Einheit. Deshalb bin ich eingeladen. Ich war vorher in London, aber seit zwei Jahren wohnen wir hier. Hallo? Wo hast du vorher gewohnt? Ich bin da in der Schule. New York? Mann, ich liebe New York. Ist der Wahnsinn. Ich war mal da, voll abgefahren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe, so oft ich kann. Und ich spiele in einer Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Ich töte Menschen. Nichts Spezielles. Ich lese viel. Langweilig. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Also ich... Ich hab... Eine Gabe. Kontakt zu einer Existenz. Existenz? Du meinst wie ein Geist oder sowas in der Art? Ich weiß, das klingt... Völlig verrückt, aber... Es ist eine Art... Wie eine unsichtbare Präsenz und die folgt mir. Es ist jetzt... Es ist jetzt da? Ja. Ja, er hört uns gerade zu. Was langsamer ist. Willst du mit mir tanzen? Hm. Bitte. Ich kann das wirklich nicht... Schon okay. Ich kann das auch nicht so richtig. gut, Alter. Sorry, Tanzen ist nicht wirklich unser Ding, oder? Ja, das ist so viel. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber das ist echt hübsch, weißt du? Sagst du das eigentlich zu allen Mädchen? Das ist nicht wie die anderen, ich meine. Das ist was wirklich Besonderes an mir. Danke. Du kennst mich doch gar nicht. Danke für den Tanz, Matt, aber ich werde wohl passen. Leute, Leute, warum gibt Jodie uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Klasse Idee. Das wird der Knaller. Ach, vergesst es, das ist doch nur Mist. Ja, komm Jodie, zeig uns was du kannst. Okay, Jodie, dann zeig doch mal was. Ich bringe euch alle um. Seid ganz still. Nicht bewegen. Ich hab solche Angst. Ich hab mich gerade eingepisst. Klasse, Steven. Da, da war doch was. Sei nicht dämlich, Emma, da ist nicht. Ich störe es. Ich hab die Spur. Fernseher, da, der Fernseher. Hi, hört ihr das? Da, da ist so ein Flüstern. Ah! Shit, was zur Hölle war das? Mehr? Ich friere. Was ist bloß hier los? Shit. Das reicht mir jetzt. Ja, mir auch. Das war wirklich gruselig. Ich hab nicht gewollt, dass einer Angst kriegt. Sorry, ich... Hello, Chefs, willkommen. Gut, okay, Leute. Zeit für den leckeren Kuchen. Und, ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Wo ist it going? Obwohl der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke aus... Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte. Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukunftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allen Poe. Edgar Allen Bale? Krass, stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja. Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh! Und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten... irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen! Glaubt sie euch! Nein! Nein! Oh, Meisterin, die aufs Huren Dunkelheit! Lass mich gehen! Rieb uns deine mächtige Magie! Bitte! Bitte! Lass mich raus! Das war's nicht schöner, als sie vorhin reinkam. Ich bitte euch! Bitte lass mich raus! Bitte! Gibt's nicht noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus! Bitte lass mich raus! Ich bitte euch! Bitte lass mich raus! Mhm. Mhm. Woll mich hier raus! Bitte! Loseiden! Toll, sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Vielleicht war's Jodie. Du bist bestimmt sauer auf uns. Ich bin nicht alleine. Oh shit, das ist wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Hey, lass mich hier nicht allein. Wartet auf mich. Die Tür, sie ist versperrt Unmöglich, sieh fester Ich sag doch, sie ist zu Ganz ruhig, kein Wunscherpack Die Fenster, los, die Fenster Verschlossen Leute, was ein Scherz ist, ist ja echt witzig Was, was war das? Fall nicht auf deine blöden Schicks, ein Jodie Ist es für mich? Ich weiß Krache Was war das? Ich habe, ich habe Ich habe Ich habe Ich bleib nicht hier Was zum Teufel ist hier Hilfe, Hilfe Hilfe Furchtliche Rache Ich will nicht drauf gehen Ich will nicht drauf gehen Was, was war das? Ich habe Kirsten, mein Gott, was ist passiert? Sie wollte uns töten. Sie ist der Teufel, der Teufel! Komm mit, Jodie. Gehen wir nach Hause. Das habt ihr verdient. Seid froh, dass ihr noch lebt. Haus nicht abgebrannt. Ich hätte das Haus abbrennen können. Okay. Lass das ein. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Ich warte hier, Schätzchen. Hallo, Jodie. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Genug hinsetzen. Jodie, mein Job ist, die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie, äh, wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jodie? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Kannst du ihn, äh, für mich malen? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Was sollen wir denn machen? Du, du sagst ihm, was er tun soll und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Es waren die Monster. Monster? 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 Mikrofon aktiviert. 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 hey Die sind hier? Ne. Die sind von mir. Ich bewege doch noch nicht. Exzellent, Jody. Okay, Rekrut. Jetzt haut diese Ölfester da um. Gut. Und jetzt weiter. Aua. 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 Hahaha. Aua. Aua. JDP, hallo. Willkommen. Aua. was für flucht soll das hier eigentlich dastehen what the fuck come on find the way i guess the number is open jdmp for our crate hallo tanja willkommen so 1 shift that thing raustaste shift that thing raustaste shift ich mach doch gerade ok wie geht's wie steht's ja zurück mit den großen bärchen um um und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? 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 Nein! Auf der anderen Seite! Fuck! Auf der anderen Seite! Nooo! Die sind weg! Sie sind weg! Sie können weg! Hey! oh oh Die Kamera ist so schützig, man kann nichts sehen. Die Kamera ist so schützig, man kann nichts sehen. Die Kamera ist so schützig, man kann nichts sehen. Siehst du schon was? Wir brauchen mehr Licht hier drüben, ich sehe überhaupt nichts. Die Kamera ist so schützig, man kann nichts sehen. Nichts außer Fels und Geröll. Und da hoch schafft sie es im Leben nicht. Scheiße, sie ist uns ertwischt. Travis, wir brauchen die gottverdammten Hunde, sofort! We're fucked! Oh, oh, oh. ähm scopi thanks for the wait wait just wait a second ok you are here thank you for the wait thank you thank you welcome raiders how was your game thank you thank you what i have to do thank you okay what you are playing i have to kill you this bullshit item haha where will you go hey hey grab the bike grab the bike run what was you playing oh let's go kick ah ok yeah man fortnite is not my game that camera is so bad that camera is so so bad in this game i played once fortnite in my life but it's not my game it's not my game when everyone else liked it it's not for me ok again thanks for the wait it's not my game and have a good time and have a good time no chance we're going straight through we're going straight through are you ready are you ready what what it's going on ice it's going on now what it's going on it's going on and yeah you're ready it's going on you're ready it's going on thank you thank you Ok, wir wollen ein paar G-Fuel zippen. Wut? 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 Hm. Wut? Wut? Okay, siehst du schon von mir. Ja, ja, okay. Ja, okay. Die Money Time. Wir können hier nicht einfach nur so rumstehen. Ein Krückenwagen! Einen verdammten Krückenwagen! Haltet die Position! Feuer einstellen! Wir müssen was unternehmen! Ja, tut mich witzig auf jeden Fall nicht! Aaaaaah! Wir müssen hier nicht draufgehen! Tu doch endlich was, verdammt nochmal! Die töten mich, Idan. Du musst sie aufhalten! Los! Mich wird sie auf jeden Fall nicht kriegen! Du musst sie mir vom Leib halten! Where? What can I do? Die Tür, Idan! Ich komm nicht rein! Mach die Tür auf! Welche Tür? Komm schon! Mach die verdammte Tür auf! Komm schon! Was können wir machen? Äh, 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 äh... Los, 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 los! Okay! Auf Position! Auf Position! Auf Position! Wachsam sein! Auf Go Steel! What else we can do! Okay, auf Position! Okay. Looks gut. I guess the number is still open, guys. If you want to win, are great. Okay. 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 Nix. White watch TV. 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 White, White, White watch TV. White watch TV. White watch TV. White, White watch TV. White, White watch TV. White, 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 So, du bleibst da so eine Weile. Das scheint wohl so. Klasse! Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Danke, Judy. Wollst du etwas Heu vom Heuboden? Hi. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Die ist ja wunderschön. Die ist ja wunderschön. Die ist ja wunderschön. Was ist das? Hilf mir, Aiden. Ganz sachte Aiden. Nur einen Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Hey Jodie, Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Ich mach das hier nur schnell fertig. Pack's irgendwo hin. Danke, Jodie. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun. Okay, na dann. Setz dich doch. Danke. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Sind noch andere Navajo-Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Nicht jeder wohnt gerne hier draußen. Was waren das für Geräusche heute Nacht? Da war dieser Lärm wie... Wie ein Hämmern am Haus. Das ist nur der Wind. Er macht seltsame Geräusche hier draußen. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wäre es, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst? Was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Also behalte einen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich. Ich muss arbeiten. Ach. Der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Ich schätze, ich mach lieber weiter. Sonst dreht paar durch. Wir sehen uns. Na toll, Joey. Noch ein Cent, gut. Free money time. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Was ist das? blöder stuhl kopf nie will er mit den anderen mit darf ich mal probieren kennst du dich mit pferden aus nein geh ruhig rein dein name ist hey aski keine angst ich komme jetzt drüber zu dir okay ruhig ruhig mein guter oh no okay Ich verstehe nicht... Was? Ich verstehe nicht... Ich habe keine Ahnung... Ich verstehe nicht... Die Pferd... Bring ihn auf die Koppel! Auf die Koppel? Wir sind doch auf der Koppel... Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel... Ich habe dich wohl falsch eingeschätzt... Wenn du dich duschen willst... Schau mal hinter der Scheune... It is first! Kein Problem für mich... ... ... ... Und was hat er, okay? Ah! Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jodie. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Hm. Geh money time. Geh money time. Untertitelung des ZDF, 2020 Dicker Sturm Tom, Plans, 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 Plans Let's go! Was ist das? Oh, shoot! Oh, shoot! Aiden! Aiden, help me! 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 Was? 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 Ganz toll, Aiden! Die Pumpe läuft jetzt wieder! Soll ich da hingehen? Und hier Opfer Rituale gemacht! Okay ... Hm! Ich bin morriger. Wee money time. Kona? No. Okay. Check this out. Thanks for posting the code. Let me see. Let me see. What's going on here? 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 Can you see something, Aiden? What's going on here? Komm schon! Zeig dir die Fliegerin! Eine Existenz. Massakrierte die Soldaten im Vor. War das etwa je nicht so? Was ist die Schade im Vor. Schade. Ich schade. Ja. Oh! Der geteilte Baum. Ich muss ihn finden. Da ist auch noch was. Also hier? Ja. 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 Okay. Geteilter Baum. Wo der soll der denn nun sein? Die Richtung? Ich denke, war... Hier? 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 Maybe next time I should pay more attention. Maybe next time I should pay more attention. Wow. There. The Teufelsfolk. The place from my vision. The Teufelsfolk. The Teufelsfolk. The Teufelsfolk. The Teufelsfolk. The Teufelsfolk. The Teufelsfolk. I'm doing good. Solving puzzles. I'm curious what this game is about. The Teufelsfolk. The Teufelsfolk. The Teufelsfolk. The Teufelsfolk. The Teufelsfolk. Ich werde den Talisman Paul zeigen. Vielleicht weiß er was. Let's go back. Come on. Free money time. Mario und den Wagen. Komm schon. Er springt nicht an, Jay. Die Existenz kommt zurück. Wir müssen wieder ins Haus. Ich glaube nicht, dass das hilft. Danke für den Code. Ich bin der Fall. Oh, die Decke. Das war die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Der fünfte Talisman. Damit fing alles an. Ich muss gut aufpassen. Jedes Detail behalten. Eure Vorfahren. Sie riefen Jei zuher. Sie waren verloren. Voller Hassgefühl auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden. Und Rache zu üben. Aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Jei. Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren. Sie sind die Wächter rund um euer Haus. Sie wussten es auch falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit haben. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit dem Ritualgesenken. Beeilt ich. Ich höre ihn kommen. But, we do a little break. I must visit the bathroom. Give me a few minutes. Be right back. Okay, back. Now it's showtime. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Irgendwann hier Holz. Vor dem Haus, wo machen wir das? Hier. Okay, was zum Anzünden fürs Feuer. Ja. Fuel. Jodie, was zur Hölle? Ja, trau mir. Ich weiß, was ich tue. Wir müssen sofort alle rein. Der Sturm wird gleich hier rein. Was ist das, sie machen, Jane? Shimasani? Du, du kannst helfen? Ein Stock, Jodie. Du brauchst noch einen Stock, um diese Beude zu zeichnen. Ich muss überlegen, wo ich jeder der Medizinmänner stand. Das ist genau richtig. Okay. Jeder von euch, stelle ich jetzt direkt neben meinen Talisman. Es muss eine Seele auf jedem Platz sein. Einer fehlt. Wir, wir sind nur zu viert. Und fünf Talisman. Uns fehlt die fünfte Seele zum Abfluss des Rituals. Was ist Wahnsinn, Jodie? Wenn wir nicht sofort rein gehen, gehen wir doch alle drauf. Fuck. Fuck, uns fehlt noch eine Seele. Was? Was? Was ist denn da? Ich muss nicht das übersehen. Du bist die fünfte Seele ein. Geh zu deinen Klasse, du reichst. Los, schnell. Das war's. Wir haben die fünf Seelen. Shimasani, fangen Sie jetzt mit den Gesenken an. Das portal ist jetzt auf, Jodie. Du hast es. Du hast es. Du hast es. Das war's. Holy shit! It's done! Jodie! Shibasani! When Ma is dead? What? No white man was ever on the place where I see you. My family has died for many hundreds of years. For us is it a holy land. I don't know what happened. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Ich hätte Paul retten können. Ich weiß es. Es ist nicht deine Schuld. Mein Vater ist bei Shimasani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Er ist glücklich, dass ich wo öffn хороший George Church bin. Well, what? Dein Entschluss steht also fest. Du verlässt uns. Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Dinge aus meiner Vergangenheit. Und ich glaube, ich bin jetzt bereit dafür. Du hast viel für uns getan, Jodie. Für uns und für unseren ganzen Stamm. Wenn du nicht findest, was du suchst, komm wieder her. Du hast hier immer ein Zuhause. Congratulations, Mr. Maxson. Please refresh. User is not in Watchlist. Refresh and talk and chat again, please. Ich dich auch. Ich werde dich nie vergessen, Corey. Aschki wird dich vermissen. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Okay, GG. Hey, Jodie. Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Ist deins. Na los. Sieh es als kleinen Dank an. Sieh es. Wie dich ist? Ihr habt es? Sieh, was ich empfiegt? Ja, es hat auch immer gebeten. Ich frage mich. Ich frage mich. Du bist dich. Ich frage mich. Was? Du bist bist du reconst. So hat nicht repariert, J.D. White gesagt, Ritual abgeschlossen. Nicht nach draußen gewagt, na klar habe ich mich nach draußen gewagt. Entkommen, Paul, nicht gerettet. Zum Abschied am Abend, okay. Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jodie. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Kannst du was sehen, Aiden? Okay. 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 Danke dir, es ist echt total schön. Mach's auf. Thanks for posting the code. Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan. Jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. 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 Okay. Weißt du, wer der Kerl ist, der Typ bei Nathan? Keine Ahnung. Mikrofon muted. Ich finde, Nathan macht... Ich weiß nicht, also... Er ist in letzter Zeit seltsam drauf. Er versucht gerade Geld für das Labor zu bekommen. Vielleicht macht er sich Sorgen. Du weißt, wie er ist. Dauert das noch lange? Ganz ruhig, Prinzessin. Er kommt gleich wieder. Ich hab so einen Hunger. Man ist in Pause. Ja, ich hab auch Hunger. Wir müssen mit Nathan mal irgendwo anders hin. Irgendwas Feines. Ständig dieser Cafeteria-Fraß. Ich hoffe, es wird nicht so spät. Ich hab tonnenweise Hausaufgaben auf. Nathan beschwert sich über jede schlechte Note, aber er behält mich immer hier, wenn ich eigentlich lernen sollte. Diese Diskussion führst du bitte mit ihm, Prinzessin. Oh. Was? Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jodie? Das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency... Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jodie. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Was ist mit den Experimenten? Ich dachte, dass... ...dass wir ein Team sind. Tut mir leid, Jodie. Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen, zu gehen. Jodie, Joris. Das ist schwierig, aber... ...du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Oh, und das war's, ja? Du machst die Pläne und ich... ...ich mach hier einen auf schön brav und ordne mich unter? Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich hab keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn. Okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen. Aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Geh und fick dich doch. Das war's. Wir gehen. Sofort. Jodie, stopp, und zwar sofort. Jodie. Bitte. Du hast für mich. Chat scheint wieder einen Zugang zu haben. Ja. Ich bin da, Eisbär. Was ist los? Ja, Chat funktioniert wieder nicht. Das habe ich schon gelernt. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Grüße aus der Eisbärenhöhle. Okay, ja, Grüße zurück. Tut mir leid. Ich habe wieder nicht in den Chat geguckt, der eigentlich wichtig wäre. Wenn man sich dennoch Technik verlässt, ne? Und sonst schreibt nie einer auf Twitch. Das Problem ist ja, ich programmiere diesen Checkbridge-Bot ja nicht. Also, ich nutze den ja auch bloß und wenn der denn mal wieder Probleme hat, dann weiß ich auch nicht, wie ich das lösen kann. Oh, ich habe es denn ja gesehen und du bist ja noch da, Gott sei Dank. Was soll ich denn jetzt hier machen? Kann ich hier rumlaufen? Alles zerlegen? Können wir hier nochmal? Was soll ich das? Was soll ich denn? Was soll ich das? Was soll ich denn jetzt sagen? Ich will dieidéfeierde. Was soll ich denn das wochen? Was soll ich denn? genau Hut rauslassen ich hab da so Kontakt mit so einem Geist und der macht jetzt gerade Party haben wir hier auch noch Überwachungskamera zu zerstören da ist auch noch eine sonst noch was kaputt gemacht dies ist ja nicht mal was die Leute auf Twitter schreiben wird übertragen nach Twitch also die Richtung wussten wir da auch nicht warum gibt ihr sonst noch was können wir hier noch was kaputt machen einfach abhauen aber was guckst du denn? noch was einpacken oder was? wieder dem Lieblingsbüschtier nie, das wollen wir doch mitnehmen hallo? noch was? okay los geht's wir haben noch Plüscht hier wir wollen den Spiegel hier noch kaputt machen lass mich allein lass mich allein ich wollte das sonst noch mal wir wollen wir wollen wir wollen wir wollen Okay. Hört ihr jetzt bald mal auf zu heulen? Gibt er ja nicht. Das ist ja seelische Folter. Was geht's hier? Was ist denn das hier? Samtags. War doch schon überall. Da packen wir wohl noch einen. Das ist ja gut. Noch noch, was? Fernseher. Nichts mehr? Nichts mehr? Jetzt aber Nicht Ich habe keine Ahnung Was zu tun Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Was ist Klamotten okay? Okay Okay Let's try again Now it works Keine Sorge Du machst das sicher gut Mann Du wirst mir ja so sehr fehlen Prinzessin Ich komme dich besuchen sobald ich kann Ich lasse dich nicht im Stich Das weißt du oder? Ich werde immer für dich da sein Wir müssen los Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay Okay No Der Pinnwand war oder was? Okay, ja, weiß ich nicht. Es ist zu spät, tut mir leid. Ich glaube, das ist die richtige Frage, ob er da, weil das hier überhaupt rein darf, ne? Ja. Jodie, hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor drei Tagen. Also ich, ich hab grad Probleme mit meinem Computer, was, was stand in der Mail? Essen, heute schickes Restaurant, naja, heute, heute ist es zu spät dafür, vielleicht ein andermal? Scheiße. Scheiße, tut mir echt leid, ich... Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du, du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Äh, klar, aber... Wie, wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Okay. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Nein! Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will! Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Okay! 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 Es ist sieben Uhr. Ich hab ne Stunde und mach dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Mhm. Wenn du was sagst. Genau, den Abfall in die Küche. Und hier liegt ja auch noch. Das hole ich. Genau, sauf erstmal ordentlich ein. Oh Gott! Widerliches Zeug! Oh Gott! Maxi! Hallo! Willkommen! Okay! Viel Spaß, Eisbär! Sorry, dass ich dich nicht gleich gelesen habe. Danke, dass du hier warst. Mit wann kann ich leere Nachrichten senden? Äh, seit dem neuen glorreichen Setter-Update. Ähm, ich glaub das ist auch seitdem ich mir selber folgen kann. Also ich hab ein Follower mehr, das bin ich selber. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein Gott, das Dinner! Das ist... Okay, toll! Ja, das sind viele Sachen. Drogen. Hm. Okay, Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Du sagst, es ist viele tolle Neuerungen. Die Hälfte der Webseite wieder mal kaputt gemacht. Was die Leute über Wochenende immer ein bisschen sich ärgern. Wäre schon ganz cool, hätte man Dashboards da als Streamer. Ja. Das geht nämlich auch nicht. Mit dem neuen Chat kannst du keine Sachen mehr weggeben. Ich muss den alten Legacy-Chapter aufmachen. Das ist ja vieles. Links kann man eigentlich nicht mehr anklicken. Ja, ich weiß auch nicht. Mal hüttest du dir eine Standritte anziehen. Das ist ein bisschen wenig so. Ich muss mich umziehen. Ja. Das ist der Schrank. Komm schon. Descindard. Komm zu dem Schrank. Descindard, hallo. Exakt, besser nicht zu viel. Ich bin nicht begeistert von dem Update. Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich meine, was soll es bringen, mich dem Kerl gleich an den Hals zu werfen? Er ist Wein. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Oh Mist. Mist, er ist zu früh. Ich komme. Tja. Noch kein Essen mehr gemacht. Toll, toll. Ach, Ofen, egal. Höher ist noch gar keiner. Oh, ganz toll, Aiden. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Aiden! Aiden, komm schon! Mach auf! Ich bin diejenige, die dir erscheint. Du willst ein Spielchen spielen? Das kann ich auch. Okay. 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 Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Oh, wie jetzt besteht, Rexy? Sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmis, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Ja, sie hat Pfanne. Asia-Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch. Solange ich es beim Kochen nicht total verbocke. Jetzt muss ich das doch noch kochen. Hätte ich mal Pizza bestellen, ihr sagt. Ja. Ach, das ist ja nicht schlimm. Danke, Aiden. Hallo, hör ich doch. Wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Was machst du, wenn du mal Zeit dafür hast und dann ist das ja gut. Ich werde es überleben, glaube ich. Noch mal nachlesen. Nun zum Bock. Bock? Der steht bestimmt. Da unten drin. Na ja, alles gut. Wenn du viel zu tun hast, dann hast du viel zu tun. War es nicht so schlimm. Bis zum nächsten Mal. So, no? Wo sind die Sachen? Die müssen ja dann da rein, oder was? Ich muss noch fertig kochen. Ja. Ähm, Pfeffer. Noch ein bisschen Salz. Gut reicht. Ingwer? Ich weiß nicht, kommt da Ingwer rein? Ingwer? Gilt ja als Aphrodisiacom. Das steht jetzt nicht im Rezept, aber... Nee, stell mal lieber zu. Das brauchst du nicht. Okay, und den Sarke hinzufügen. Langsam macht mir das Kochen Spaß. Jojo. Ich hatte letzte Woche... Nein, du wirst es lieben. ...viele Überstunden, die ich genommen habe. Der Arbeitgeber hat wohl nicht gebacken gekriegt. Hat mir da... Arbeit zur Verfügung zu stellen. Hatte ich auch mal ein bisschen Zeit. Zu genießen. Nächste Woche ist das schon wieder vorbei. Das gute Leben. Also morgen. So, ja, warte. Schuhe anziehen. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Nein, doch. Rebecca, thank you. For the 50 T-Fuel, thank you, thank you. And has the Pogu already arrived? Sure. Genau, schiebt er da drunter. Füllt ja gar nicht auf. Da liegt hier alles rum. Ja, ich fahre ja nicht in Urlaub. Nicht wirklich. Gott, Aiden. Du verstehst das nicht. Schau. Du hast sie ihre Schuhe. Hm. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Ein Ruf. Setz dich doch hin, ich hol das, das Ding für die Weinflasche. Hm. Cooles Apartment. Ja, danke. Aiden, verfluchte Scheiße. Okay. Okay. Essen, das brät hier an. Hm. Okay. Brauch schon Essen. Beiden benimm ich mal. Genau. Soll ich dich aufmachen? Nein, nein, ich mach schon. Okay. Okay. Ich wollte schon sagen, kippt da dicht daneben. Danke. Auf dein neues Apartment. Prost, Axelbeck. Auf mein neues Apartment. Wann bist du eingezogen? Oh, ähm, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und das ist, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung hab für mich alleine. Ja, das ist komisch, aber ich gehör nicht dran. Was ist mit dir? Wo wolltest du? Oh, ich hab ein Haus, etwas außerhalb. Ja, klein, aber ich hab ein Gartenhaus, ist ruhig. Und, stammst du von hier? Nein, nein, ich stamme aus Oregon. Meine Eltern und mein Bruder sind immer noch da. Das hier ist Aiden. Ich hab irgendwo einen Bonus gerade freigeschaltet, okay. Mein Stiefvater verprügelt in mich, wenn er mal wieder zu viel interessiert. Und, äh, ich wollte ein paar Auszüge, wo meine Freundschaft so weit geht. Ähm, wie kommst du danach zur CIA? Ich, äh, ich ging aufs College und wusste nicht so recht, was ich wollte. Ich war bei der Armee. Ich sollte mal langsam, ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil... Diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Brauchst du Hilfe? Nein, setz dich ruhig schon und mehr Wein wäre schön. Okay. Ja, das ist leider... Das ist leider... Das ist leider... Game of Epic Games, da gibt's keine Errungenschaften. Ich bin nicht zu viel, denn... Das ist bestimmt erst das zweite Mal, dass ich koche und... Über das erste Mal würde ich lieber nicht sprechen. Hm. Hm. Das ist gut. Gut. Würde ich auch sagen. Freut mich, dass es dir schmeckt. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast zwei Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Ich meine, dann gibt's nicht viel zu sagen. Ich wohnte mit meinen Eltern auf dem DPA Campus. Und dann war Mason für mich da. Tja. Dem Rest gehst du nicht. Deine Eltern musst du noch Kontakt mit dir. Gibt's den eifersüchtigen Geist oder mach einfach gar nuscht? Nein. Nein, gar nicht. Ich glaube, sie hatten eine Todesangst, weil ich so anders war. Also... Nathan und Cole waren immer für mich da. Ich warte einfach mal. Sie haben mir geholfen mit Aiden, wie ich mich akzeptiere, wie ich bin. Ich meine, es war nicht immer einfach, aber ich mach Fortschritte. Nein. Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Nein. Also, nicht richtig. Sie haben viel herausgefunden über die Infrawelt und so. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Nein. Nein. Ja, er verlässt mich nie. Und... Was ist mit dir? Hast du... Hast du Familie hier? Nein. Nein. Meine... Meine Eltern sind noch in Oregon. Ich sehe sie so selten wie möglich. Und bist du... Verheiratet oder sowas in der Art? Nein. Nein. Ja. Ich meine... Ich war's. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden seit... zwei Jahren. Und ähm... Es ging nicht gut. Ich meine... Am Ende war es... Es gab gute Zeiten, aber... Aber es war wohl besser, getrennte Wege zu gehen. Und du? Bist du jemanden? Nein. 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 Ich habe... Iden, also... Ich meine aus unserer Welt. Gigi... 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 Oho. 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 Schau, schau, weg! Das ist nicht PG-Safe. Was haben wir denn noch schön mit dem Fahrerfilm? Ich werde lieber gehen. Noch eine Crate? Brötchen oder Haserpahler gekocht ist ein Entscheidungsweg. Lässig gekleidet. Okay. Jodie und Wein in Ruhe gelassen. Okay. Wohnung aufgeräumt. Läden in Ruhe gewährt. Nicht mit Wein geschlafen. Aha. Okay. Okay. I think that's enough for today. JDMP, congratulations. There are your Crate ID. Oh, my dashboard is there. Okay. That's it for today. I have to work tomorrow. We play this game tomorrow. Close this prediction. Close this prediction. Pre no. Yes. And swears yes. Check out the Grand Gable Bay. Okay. And three. Good luck everyone. One hundred. Only one win. Okay. Congrats. I cannot do about all the bugs. I cannot do anything about it. Okay. That's it for today. Thanks for watching. Thanks for the follows. For donating. I will be here tomorrow. I will be here tomorrow. Playing this game. And please stay in the chat. And wait somebody. Bye bye. I will get you. Dohstridaniya. Peace. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.